Ich beginne mein Video mit ein paar einfacher Versuchen, in denen ich auf die Periodendauer, die Amplitude und die Frequenz periodischer Schwingungen eingehe. Dazu verwende ich einen Funktionsgenerator, einen Frequenzzähler, einen Speicheroszilloskop und einen Lautsprecher. Leider erzeugen die Lüfter dieser Geräte ziemlich laute Laufgeräusche. Deshalb wähle ich eine Frequenz von 1000 Hertz, also einem Kilohertz, damit sie sich von den Laufgeräuschen unterscheiden. Auf dem Oszilloskop wird immer die Spannung über der Zeit dargestellt. Wir erzeugen jetzt diese Schwingung. Ich erhöhe jetzt die Amplitude. Und wir hören, dass die Lautstärke zugenommen hat. Jetzt verringere ich die Amplitude wieder. Die Lautstärke nimmt ab. Ich stelle mal diesen Wert jetzt hier ein und möchte daran erklären, was man unter Amplitude überhaupt versteht. Dazu blende ich die Nulllinie ein und wir sehen hier, dass von der Nulllinie aus betrachtet das Maximum zwei Kästchen nach oben bliegt. Unten kann ich auch sehen, wie viel Volt ein Kästchen ausmacht, gerade ein Volt. Also habe ich hier eine Amplitude von zwei Volt. Die Amplitude wird von null Volt bis zum Maximum der Schwingung gemessen. Ich stelle die Amplitude jetzt mal auf drei Volt ein und damit man es besser erkennen kann, zoome ich mal in den Bildschirm rein. Man sieht hier deutlich diese Kästchen, drei Kästchen mal ein Volt, drei Volt ist die Amplitude. Ich erhöhe die Amplitude jetzt auf vier Volt und senke sie wieder auf zwei Volt. Wir haben gesehen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Lautstärke und der Amplitude einer Schwingung gibt. Eine Schwingung besteht immer aus einem Schwingungstal und einem Schwingungsberg. Hier war ja die Zeit aufgetragen. Wir schauen uns mal an, wie viel Zeit benötigt eigentlich diese Schwingung. Das sind hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kästchen. Zehn Kästchen bei 100 Mikrosekunden sind 1000 Mikrosekunden oder eine Millisekunde. Zeige das mal hier auf dem Taschenrechner, wie man daraus dann diese Frequenz von einem Kilohertz berechnet. 1000 Mikrosekunden ist e hoch minus sechs Sekunden und davon der Kehrwert ist 1000 Hertz oder ein Kilohertz. Wir erhöhen jetzt die Frequenz und versuchen einen Zusammenhang zur Tonhöhe zu sehen. Wir sind jetzt bei 5 Kilohertz. Jetzt sind wir schon bei 8,33 Kilohertz. 10,2 Kilohertz. Jetzt haben wir 195 Hertz. Jetzt liegen wir bei 87 Hertz. Ich erhöhe mal die Amplitude. Da müsste man so ein tiefes Brummen hören, wobei die Ventilatorgeräusche wahrscheinlich so laut sind, dass man das gar nicht wahrnimmt. Also wir fassen zusammen. Mit steigender Frequenz steigt die Tonhöhe, mit steigender Amplitude die Lautstärke. Das äußere Ohr besteht aus der Ohrmuschel und dem Gehörgang und ist durch das Trommelfell vom Mittelohr getrennt. Im Mittelohr befinden sich die drei Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel, die die Bewegung des Trommelfells auf die Membrane des ovalen Fensters, das das Mittelohr vom Innenohr trennt, auf die Hörschnecke überträgt. In der Hörschnecke befinden sich ca. 20.000 H-Sinneszellen in einer wässrigen Flüssigkeit. Durch die Bewegung des ovalen Fensters schwingt die Flüssigkeit in der Hörschnecke und verformt die H-Sinneszellen, wodurch elektrische Impulse erzeugt und über den Hörnerv zum Hörzentrum im Gehirn übertragen und verarbeitet werden. Bei Fischen wird durch die Schallwellen im Wasser die Flüssigkeit, in der sich die Schwimmblase befindet, bewegt, deren Schwingung direkt über die Membrane des ovalen Fensters in das Innenohr der Fische übertragen werden. Nun haben aber Flüssigkeiten eine viel höhere Dichte als Luft und sind außerdem kaum komprimierbar. Einerseits ließen sich ohne die Flüssigkeit in der Hörschnecke die H-Sinneszellen nicht bewegen und andererseits könnten Luftdruckschwankungen ohne Trommelfell und Mittelohrknöchelchen die Membrane des ovalen Fensters nicht bewegen, sodass wir nichts hören würden. Die Mittelohrknöchelchen leiten die Schalldruckänderungen vom Trommelfell zum ovalen Fenster. Sie sind die kleinsten Knochen im menschlichen Körper und verstärken die Kraft, mit der der Steigbügel auf die Membrane des ovalen Fensters drückt, durch die Hebelwirkung um das 20-fache bei entsprechender Verringerung der Auslenkung. Ich animiere das mal. Ihr seht die Schallwellen, die das Trommelfell bewegen. Diese Bewegungen werden über die Mittelohrknöchelchen auf das ovale Fenster übertragen, das die Flüssigkeit in der Hörschnecke bewegt, mit der die H-Sinneszellen elektrische Impulse erzeugen, die über den Gehörnerv zum Gehirn geleitet werden. Die Reflexkontraktionen der Mittelohrmuskeln bewirken bei Lärm eine Dämpfung von 10 bis 20 dB und schützen so unsere Ohren. Das Mittelohr ist über die Eustachsche Röhre mit dem Nasenrachenraum verbunden und wird zum Druckausgleich und der Belüftung des Mittelohres benötigt. Durch das Eindringen von Krankheitserregern aus dem Nasenrachenraum kann es zu Entzündungen im Mittelohr kommen, die zu Schallleitungsstörungen führen können und umgehend behandelt werden müssen, um bleibende Hörschäden zu vermeiden. Außerdem ist die Paukentreppe des Innenohres über die Membrane des runden Fensters mit dem Mittelohr verbunden. Der Hörbereich des menschlichen Ohres reicht bei Kindern von 16 Hz bis 20 kHz. Im mittleren Hörbereich von 400 Hz bis 4 kHz nehmen wir Töne trotz gleicher Amplitude lauter wahr als tiefere und höhere Töne. Die Erhöhungen und Vertiefungen der Ohrmuschel wirken als akustische Resonatoren, die abhängig von der Schallrichtung angeregt werden. Zur akustischen Orientierung im Raum werden die Pegel- und Laufzeitdifferenzen der Schalldruckänderungen, die das rechte und linke Ohr erreichen, vom Gehirn ausgewertet. Mit einem Synagramm lassen sich einzelne Sprachlaute sichtbar machen. Dabei ist auf der vertikalen Achse die Frequenz von 0 bis 10 kHz und auf der horizontalen Achse die Zeit aufgetragen. Im Synagramm sind den einzelnen Lauten des Wortes Akustik die charakteristischen Frequenzblöcke zugeordnet. Der Sprachlaut A besteht aus einem Frequenzblock horizontal verlaufender, vertikal versetzter roter Linien, deren Frequenz an der Y-Achse ablesbar ist. Am Synagramm erkennt man auch, mit welchen komplexen Abläufen unser Gehirn die elektrischen Impulse vom Ohr verarbeitet und interpretiert, um Gespräche verstehen zu können. Da jeder Mensch eine unverkennbare Art zu sprechen hat, ist es mit einem Synagramm möglich, charakteristische Sprachabdrücke zu identifizieren, was unter anderem in der Kriminalistik genutzt wird. Insbesondere spielt die technische Anwendung computergestützter Sprachsteuerungssysteme eine immer größere Rolle. Auch das Sonar, bei dem die Echos von Ultraschallsignalen ausgewertet werden, um zum Beispiel Fischschwärm oder U-Boote zu orten, arbeiten ähnlich denen von Delfinen. Im linken Bild ist die Spannung des krehenden Hahns über der Zeit aufgetragen, im rechten Bild die Spannung über der Frequenz und im unteren Bild seht ihr das Synogramm. Zusammenhang von Schalldruck, Schalleistung, Schallstärke, Schallstärkenverhältnis und Lautstärke. Wir haben hier die physikalischen Größen. Schalldruck hat das Formelzeichen P, die Einheit Pascal oder Newton pro Quadratmeter. Die Schallstärke das Formelzeichen J und die Einheit Watt pro Quadratmeter. Die Schallleistung, das Formelzeichen P und die Einheit Watt. Die Kraft, das Formelzeichen F und die Einheit Newton. Und die Fläche, das Formelzeichen A und die Einheit Quadratmeter. Diese Formel kennen wir alle aus der Schule. Der Druck ist definiert als Kraft dividiert durch die gedruckte Fläche. P gleich F durch A. Die Schallstärke ist definiert als Schallleistung dividiert durch die Fläche. Da die Schallstärke des Flugzeuglärms eine Billion mal so hoch wie die der Hörschwelle des Menschen ist, verwendet man für das dimensionslose Schallstärkenverhältnis den Logarithmus zur Basis 10 mit folgender Formel. x gleich 10 mal Logarithmus von der Schallstärke durch die Bezugsschallstärke. Und dann erhalten wir das Ergebnis in dB. Die Bezugsschallstärke ist hier 10 hoch minus 12 Watt pro Quadratmeter. Das ist die Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Ohres bezogen auf 1 Kilohertz. Also wir sehen ja hier 1 Kilohertz, da habe ich keine Dämpfung. Nun gibt es hier den Zusammenhang, dass die Schallstärke proportional zum Quadrat des Schalldrucks sich verhält. Wir ersetzen jetzt hier in der Formel die Schallstärke mit dem Schalldruck zum Quadrat. Dann erhalten wir diese Formel. Dieses hoch 2 können wir hier ausklammern. Und wir wissen, Logarithmus von A hoch x ist x mal Logarithmus von A. Wir können also diese Potenz hier vor den Logarithmus als Faktor schreiben. Dann haben wir 10 mal 2,20 mal Logarithmus P durch P0. Und das Ergebnis wäre auch in dB. Der Bezugsschalldruck, der ja hier mit P0 bezeichnet wird, ist 20 mal 10 hoch minus 6 Pascal. Das ist auch wieder die Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Ohres bezogen auf 1 Kilohertz. Das menschliche Ohr dämpft relativ stark Töne unterhalb von 1 Kilohertz. Das sieht man hier. Bei 10 Hertz habe ich eine Dämpfung von minus 70 dBA. In diesem Bereich hat das Ohr sogar eine leichte Verstärkung. Und hier ab 6,3 Kilohertz erfolgt wieder eine Dämpfung. Das Schallstärkenverhältnis bei Flugzeuglärm bezüglich der Hörschwelle des Menschen beträgt eine Billion. Wie viel dB sind das? J durch J0 ist eine Billion. Das ist eine 1 mit 12 Nullen. Wir setzen diesen Wert jetzt hier in diese Formel ein und erhalten eine Billion ist 10 hoch 12. Da haben wir 120 dB. Wie viel dB entspricht der Verdopplung des Schalldrucks? p2 gleich 2p1. Und gesucht ist x. Da wir jetzt hier mit Schalldruck arbeiten, müssen wir diese Formel nehmen. x gleich 20 mal Logarithmus von p2 durch p1. Wir setzen für p2 jetzt zwar p1 ein, dann kürzt sich p1 und wir erhalten 20 mal Logarithmus von 2 und das sind 6,02 dB. Dritte Aufgabe, welches Schallstärkenverhältnis ergibt sich bei minus 20 dB? Schallstärkenverhältnis war ja diese Formel. 10 mal Logarithmus von J durch J0 gleich minus 20. Wir dividieren durch 10, dann haben wir Logarithmus von J durch J0 ist minus 2 und dann setzen wir die Umkehrfunktion auf den Logarithmus drauf. Das ist 10 hoch x und erhalten J durch J0 gleich 10 hoch minus 2. 10 hoch minus 2 ist ein Hundertstel, also wir haben nur noch ein Hundertstel der Schallstärke bei einer Dämpfung von 20 dB. Bei einer Frequenz von 50 Hz wird die Schallstärke von 70 dB gemessen. Wie viel dBA sind das? Also wir haben hier ja gesehen, das Ohr ist frequenzabhängig. Wir können jetzt hier nachgucken. 50 Hz sind minus 30,2 dBA. x gleich 70 minus 30,2, das sind 39,8 dBA.